In die 6. Etage. So, okay. Ich hab' den ersten Etagen gemacht. Ich hab' den ersten Etagen. Ich schalte jetzt hier den Schlösseraufzug. Der Schlösseraufzug ist leider auch sehr betrieben. Das ist das Obergeschoss. Aber wir sind jetzt in der 3. Etage. Jetzt ist es auch ein Vpao, 1.90. Ich bin vehement aufs Bauch. Jetzt ist er noch etwas Aache. Ok... Defekt! Schade! Es sind leider Defekt! Der Flug ist gesperrt. Vielen Dank. Vielen Dank.